Ich stoppe das Video, sobald ich es nicht mehr essen würde. In der Beschreibung stand Gurkennudeln, deswegen mal sehen, was wir hier sehen. Wahrscheinlich Nudeln aus Gurken, wer hätte es gedacht. Aber nee, ich finde es krass, dass man so neue Kreationen findet. Mal sehen, ob das schmecken würde. Also bis jetzt würde ich es auf jeden Fall essen. Ich sehe da jetzt nichts verkehrtes auf jeden Fall, warum man das nicht essen sollte. Ich stelle mir das so irgendwie sehr grasig vor. Keine Ahnung, gesund, ja.